Hallo, mein Name ist Semra Fehr und mein heutiges Thema sind Berührungsängste. Zum Beispiel jetzt hier. Wie wirke ich? Wie komme ich rüber? Welche Wahrnehmung kommt beim Zuschauer an? Was denken die anderen über mich? Das ist der Klassiker. Die Steigerung vom Was denken die anderen über mich ist, wenn du denkst, jemanden zu kennen und dir schon seine Antwort vordenkst, bevor sie oder er jemals eine Frage erhalten haben. Weiterer Klassiker. Was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Schon alleine ein unbekanntes Gericht zu probieren, fällt den meisten schwer und sie lösen sogar körperliche Reaktionen aus. Nur drei von vielen Programmierungen, die wir schon vom Kind auf eingeimpft bekommen. Und diese Programmierung gilt es abzuendern. Die Berührungsängste kann man heilen. Wie so viele andere Ängste auch. Womit? Mit Übungen. Frei nach dem Motto, Übung macht den Meister. Unten in der Beschreibung gibt es einen Link auf meiner Website, wo du etliche Hilfestellungen gegen Ängste erhältst. Also, bleib informiert, was alles so passiert. Bis zum nächsten Mal. Peuth.